haben wir vorbei gelaufen wir sind hinter dir hier vorne sind die doch in dem wald oder ja alles da pass mal auf wo seid ihr wer steht neben mir ich bin da und neben mir stand einer ich hab's gewusst dass das andere waren wer schießt ihr noch auf mich ich habe mich gewundert dass ihr das nicht seit dass wir vorher gehen soll hinter mir stand einer den habe ich gesehen und nehme ich das dann auch einer mit einem tuch gerade muss bei mir selber und sein wo bist du jetzt ich bin auch drin ich bin drin in der scheune auf der anderen seite links oben im wald da sind wo bist du gestorben oben links im weiter hier da wo ich hingucke da ist er gestorben nee da kannst du da sind da ist kathie und so mit leuten da liefen zwei stück genau das ist bestimmt der trupp dem aufgesehen haben genau ist der kathie trupp da kommt einer jetzt eben doch nicht ja dann zurück rein und die waren an die nach von der seite weg holen wackeln wer die umlaufen und so stimmt da hat auch noch einer rechts an der tante der hat sich drin gelegt es müssten drei oder vier leute sein die laufen wo laufen sehen nach rechts aber wir müssen hier raus laufen und jetzt kommt einer okay ein dauern noch ein dauern ich bin wieder drin in der scheune noch einer noch einer da ich bin hinten am schiff gespawnt alter oh hier ist noch eine svd kann ich denn kurz noten kannst du aufpassen oder lute genau das hier neben mir ja ich weiß wer soll das sein es macht dich kaputt ich habe angerufen Entschuldigung, ihr habt angefangen.